Grüß euch, ich bin der Roman Ramoser aus dem Zillertal, Schöffel-Malkin-Botschafter und Mountainbike-Guide. Ich verrate euch heute ein paar Tricks, wie ihr mehr Spaß am Trail habt. Tipp Nummer 1, richtiges Kurvenfahren. In die Kurve rein, bremse ich vorher schon. Pedalstellung ist wichtig, Innenpedale rauf, Außenpedale unten, Arm innen gestreckt und dann Blickrichtung, Kurvenausgang und dann schön durchziehen. Tipp Nummer 2, richtiges Bremsen. Es gibt eine Hinterbremse und eine Vorderbremse und wir bremsen nicht nur mit der Hinterbremse und das Hinterrad soll eigentlich nie blockieren, also es soll nie springen, das Hinterrad. Ich sage immer, 70% vorne bremsen, 30% hinten. Tipp Nummer 3, sehr wichtig, vorausschauend fahren. Nicht nur direkt auf dem Vorderreifen, sondern wirklich weitere Meter, 10 Meter vor dir. Und der Obertipp natürlich, wenn du super Bekleidung brauchst, Schöffel hat mega Bekleidung, einfach da unten auf den Link klicken. Schaut euch die Sachen an, sind wirklich geil und ja, habt Spaß. Schöpfel haben? Schöpfel, schäfst? Schöpfel, schäfst?